Jo Leute willkommen back zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder das beste Format auf gesamten Youtube und dann viel spaß bei Und somit willkommen back zu einer neuen Folge des Rollercoasterquiz. An alle die hier neu sind ich erkläre euch kurz was ist das Rollercoasterquiz überhaupt. Ich gebe euch 4 Tipps anhand von diesen 4 Tipps könnt ihr das dann gerne in die Kommentare schreiben welche Achtung wann das sein soll. Die ersten 2 die es richtig haben bekommen dann einen Punkt und kommen in meine Rangkrise. Ihr bekommt die eingeblendet. In der nächsten Folge des Rollercoasterquiz wird sich da eine gesenden. Dazu sage ich nicht so viel. Dann viel spaß mit dem Quiz und let's go! Ach und richtig war beim letzten Quiz noch die Achterbahn Galactica. Dann viel spaß und let's dioerizo! jetzt auch Bis zum nächsten Mal.